Hey leute und willkommen zu einem kleinen info video und zwar da jener wir haben Jetzt fragt er sich Kann ich dir recht zeigen denn hier werden wir alle live streams von twitch zum beispiel hochladen da viele immer die streams verpassen Und ich finde auf dem hauptkanal passt es nicht so ganz die kompletten leistungs hochzuladen Es jeder zwei stunden und zwei stunden und so weiter das ist ein bisschen schwer ich konnte leider nur diese zwei live streams noch retten von twitch Also ich sage jetzt nach ich glaube 14 tage was und gelöscht irgendwie so der kürzer Es kommt immer darauf an wie groß man glaube ich auf twitch ist und so weiter Auf jeden fall die zwei konnte ich noch retten die könnt ihr euch hier ist auf diesen kanal ansehen Dieser kanal hier ist natürlich in der video beschreibung verlinkt ganz oben Könntet ihr euch ein abo da lassen wenn wir keine live streams verpassen wollt also Bzw. Beziehungsweise sie nach im nachhinein ansehen wollte Ich habe auch hier in die kanalinfo geschrieben wir werden hier auch in zukunft Nicht nur live streams hochladen von twitch sondern auch an cut gameplays Serien let's plays was sind serien let's plays zum beispiel wie die gm und wo man folge 1 2 3 4 5 6 hat Und man die der folgen von gesehen haben muss und zu verstehen was passiert Und sowas funktioniert auf youtube heutzutage echt schwer Wir sind welches am hauptkanal echt nicht mehr machen aber im 2 kanal wenn ich zum beispiel lust habe Ein let's play war zu spielen wie zum beispiel halt eben die gm und wo ich mir denke Hauptkanal das sehen sich nur ein paar leute an da kann ich lieber ein anderes video posten was mehr leute interessiert dann kann man diese videos auf diesen kanal und alles andere was man doch zur zukunft einfallen wird Schau mal abgesichert schon mal abgesichert ich habe auch direkt ihr seht ein wunderschönes kanal banner erstellt einen kanal logo es kann sein dass ihr das rapid tv logo hier noch nicht seht das ziemlich lange dauert bis zu aktualisiert wird ich sehe es rechts oben auch noch immer nicht wenn hier rechts oben Seht das ja hier müsst ihr auch schon der hase sein mit dem tv drinnen ist auch noch nicht also es dauert bis vom google plus konto das hier hier auf youtube übernommen wird also ja kann ein bisschen dauern noch bis sie das wunderschöne logo hier seht Und ich glaube ich könnte den kanal auch gar nicht finden noch auf youtube auch wenn ihr den namen eingibt deswegen eben der link in der video beschreibung ganz ganz wichtig Und ja hier werden wir uns einfach austoben hier können wir jeden scheiß hochladen wir wollen Wie gesagt alles vor allem halt wie gesagt alles was auf dem hauptkanal nicht wirklich leute sehen wollen laden wir hier hoch weil es gibt halt schon spielt ich gerne weiter spielen würde aber die leute hat es nicht so interessiert dann dann zock ich halt hier Dann kann ich es heute für euch hier hochladen ist doch auch schön da ist doch auch schön Ja auf jeden fall weil spielen würdest du so oder so genau wir teil haben genau Aber ich werde dir nicht versprechen in irgendwelchen an das jeden tag video kommt dass jeden tag ein video 15 uhr kommt dies und das Das ist alles random ich werde mich hier nicht festlegen ich werde mich nicht stressen mit einem zweitkanal wo auch Wie beim hauptkanal täglich drei vier videos kommen keine ahnung und das zu gewissen urteilen und das sind das spiel so und das hier mit Alles random das ist ja mein ruhe bereich auf youtube aber jetzt kommen natürlich videos Und ich weiß noch nicht waren die ersten an cup game press kommen waren die ersten serie let's place kommen und das ist also rein fällt Auf jeden fall die ganze streams werden hier nun hochgeladen direkt von twitch also komplett von anfang bis komplett zum ende Und ihr könnt euch hier in ruhe noch mal ansehen Habe ich auch eine playlist erstellt dafür oder es hat sich ein einzeln anziehen nicht so viel noch und da war ich einfach jede hinzufügen also auch das video vom nächsten sonntag vom nächsten freitag vom nächsten sonntag vom nächsten freitag und wenn wir mal zwischendurch in den scheiß streamen kommt alles hier rauf Und ja ich bin gespannt wie viele vielleicht drauf bock haben wie gesagt link in der video beschreibung ganz oben einfach drauf drücken hier ein abo lasst und ihr verpasst auf jeden fall gar nichts mehr Das problem ist ja ich würde sagen aktiviert die glocke aber auch das spinnt zurzeit auf youtube komplett rum sogar kronkh hat sich aufgeregt Er hat so ein es gibt auch schon community tab denn ich hier auf dem kanal nicht habe Da kann man so mit den leuten reden sozusagen gepostet wie in twitter einen tweet Und könnte was reinschreiben das sehen die leute und selbst diese tweet wurde mir nicht angezeigt also youtube spakt echt hart rum zu sein Und das ist ein glock aktiviert bringt leider nicht viel aber aber auf jeden fall da lassen und immer mal hin und wieder vorbeischauen lohnt sich auf jeden fall Auf jeden fall also ich habe abonniert und trotzdem die glocke aktiviert und 1 der 2 die bereits hochgeladen sind wurden mir sogar angezeigt Also bitte ne 1 von 2 ist schon besser ist nichts Also richtig man kann natürlich trotz alledem gerne die glocke am hauptkanal und am 2 kann abonnieren drauf drücken klicken Und er kommt hier auch wenn neue leute nur diesen kanal finden kann man auch hier oben auf dem hauptkanal pink sie direkt zum hauptkanal von diesem knopf und ja ich glaube ich habe das gut verlinkt hier auch bei angesagte kanäle habe ich die kanäle gegenseitig verlinkt haben wir es natürlich findet Denn ich glaube es nicht so einfach Vor allem die kleine youtube auf youtube finden ist schwer und das sind ja auch diesen zwei kanal jetzt harrad verlinkt habe ich das vergessen Das klingt sehr gut dann sehen wir für heute hier durch leute wie gesagt ab oder lassen kann nicht schauen wenn nichts verpassen wollt auch gerne Ich bin natürlich am hauptkanal ab oder lassen Jetzt beim nächsten mal viel spaß hau rein und ciao tschüss